Hallo zusammen, begrüße euch zum nächsten Trailer. Ja, das ist natürlich jetzt hier der Hauptpunkt, um den es sich dreht im Hauptfilm, den ihr schauen könnt bei VK Habitschuh, die sich den Trailer bei Wake News TV aufrufen. Den entsprechenden Link kopieren, Browserzeile rein, ab damit. Aber es gibt natürlich noch manches mehr, Musik wieder vom Estas, Bilder von der Diana und auch weitere Videos. Also, dann sieht man sich ja vielleicht gleich wieder und heute haben wir den 23.08.2020.